ja wir können nicht stehen bleiben aber wir haben noch nicht genug schaden das geht ja flott hier ne na komm wir nehmen jetzt mal das feuer multi das zählt nur für diese raketenschüsse also diese späre die ich da kriegen können komm rein was hier text speed komm kipp doch um danke timo herzlich willkommen schönen guten morgen wie geht's dir also wenn ich mich nicht bewege heile ich mich mit den schuhen dann geht mein movement speed runter ja komm wir nehmen die pick up range die haben wir ja gerade schon ne liegen lassen das ist aber auch ne es macht uns ja nicht stärker wir sind stark genug für die runde zumindest für jetzt noch ich weiß nicht, dass mich keiner von den schüssen getroffen hat ne das freut mich timo sehr gut die maria sind schmutz die müssen weg ach misst jetzt habe ich auf ihn geachtet was er für einen schaden macht 600 so als wenn so die ersten großen wellen kommen aua ja wieder eine quest erledigt sehr gut level 100 habe ich noch nicht geschafft nein kann man das überhaupt im ersten level erreichen weil ich meine hier sind nicht so viele gegner oder so ja machen wir die auch nochmal groß jetzt nehmen wir noch den damage mit gut sie ich Valentin nicht viel das ist auch nicht mehr weit wenn die taktik stimmt okay aber der nächste bosse schon dran der gelbe magier haben steht doch einfach danke magma ist okay war heute jetzt auch richtig weg mehr ja 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 Hmm. Quall der Weile hier, ne? Ja, bis gleich, Claudia. Aua. 300.000 Damage. Dann machen wir nochmal Damage, auch wenn wir schon relativ viel haben. Aua. Nicht nett. Müssen wir raus, ist der Bedrängnis hier. Okay. 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 So, ich finde, das ist der fieseste Boss von allen. Okay. Hey, nur scheiß Items, ne? Burning Enemies. Nehmen wir doch. Okay. 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 Jetzt ziehen wir jetzt noch durch die Runde. Okay. 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 Dann müssen wir unsere Mumie nochmal. Au, 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 au. Ihr seid mies. Also das mit Level 100, das wird, glaube ich, schwierig, Timo. Jetzt in dieser Runde. Jetzt in dieser Runde. Okay. Ähm. Ich bin Kritikerin Emeline. Hier geht's. Das war's.